Musik Moin, ich begrüße die Mitglieder des religiös-philosophischen Zirkels. Heutiges debattiert Thema, an siebten Tagen sollst du ruhen oder einen Schritt in die Kneipe tun. Erste Redebeiträge? Nee, fang du an! Also, in der Bibel steht ja, an siebten Tagen hat der Herr geruht, ne? Und deshalb sollen wir das ja wohl auch so machen. Ja, so ungefähr zumindest. Ja, aber jetzt frag ich mich ja, woher weiß denn der Herr, dass das ausgerechnet an einem Sonntag war? Ja, hattet ihr denn damals schon ein Kalender? Gott weiß alles! Ja, ich mein ja nur. Vielleicht hat er ja sich verzählt. Und da war eigentlich ein Montag gewesen. Ach, der Arme hatte eine anstrengende Sechstagewoche. Nach Arbeitsschutzgesetz darf er dann ja wohl einen freien Tag nehmen, ne? Ja, da sag ich ja auch gar nichts gegen. Aber ausgerechnet an Sonntag ist so ungünstig. Wieso? Ja, weil wir da doch immer in der Kirche müssen. So richtig frei ist das ja denn auch nicht wirklich. Also, wenn der Pastor sonntags ran muss, dann kannst du dich ja wohl hinsetzen und zuhören, oder nicht? Ja, sicher. Ja, aber guck mal, siehst du, der darf nämlich sonntags arbeiten und ich nicht. Ja, wieso willst du denn überhaupt sonntags arbeiten? Na ja, also, weil ich zu Hause keinen Fernseher hab. Und ich guck doch so gerne Tatort in die Kneipe. Ja, hast du denn kein Internet? Hm? Gib doch Mediathek. Kannst ja montags auch nachgucken. Ja, bloß nicht. Günther spoilert mich doch denn immer. Außerdem, weißt du, mach ich da den größten Umsatz Sonntagabends. Ja, Ese ist doch nicht so schwer. Dann machst du es einfach wie die Amerikaner. Bei denen ist Sonntag nämlich der erste Wochentag, ja? Hm? Du machst dir eben Sonnenabends frei. So, ganz einfach. Und jetzt ist Feierabend. Ja, Feierabend. Aber heute ist doch erst Mittwoch, René. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020